Theresa, fit wie ein Turnschuh im Ziel, dein erster Viertelmarathon, wie war es? Ja, es war besser, wie ich gedacht habe. Und ich habe echt voll die Freude, dass ich mitgemacht habe und ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein. Was hat dir denn am besten gefallen? Dass man so gut angefeiert worden ist bei den ganzen Stationen und dass man einfach gemeinsam gelaufen ist. Mit meiner Mama bin ich gelaufen, meine besten Freundin.